Finnboggy ist der jüngste das wird wahrscheinlich eurer hier sein nein eurer ist roggenwald Finnboggy wo wohnst du denn hier du bist der Sohn des Eisenschiffers Adam Iggy ist erwachsen gut oh da muss einer ne Runde schlafen äh hallo okay was auch immer das soll Sören das heißt nur noch Finnboggy ist übrig und Finnboggy ist erwachsen hast du ausgeschlafen gut dann wirst du erstmal mit Bier ausgerüstet du kannst dich im Lagerhaus vollfuttern so dann fangen wir mal an Bogenschütze Stufe 2 Stufe 3 mit Bier ausrüsten Kaserne verlassen Bogenschütze Bier ausrüsten Kaserne verlassen noch ein Bogenschütze Kaserne verlassen und noch ein Bogenschütze Bier ausrüsten Kaserne verlassen ein Bogenschütze geht noch Bier ausrüsten Kaserne verlassen Bogenschütze mit Bier ausrüsten nicht hinters Lagerhaus ins Lagerhaus so du müsst ihr fahren und kannst trainiert werden gut ja Gold ist halt so eine Sache wir brauchen für jeweils 1040 wir bräuchten 160 Gold gut jetzt nicht mehr ganz wir brauchen 20 weniger wir brauchen noch 140 Gold und haben wir im Augenblick an Gold die Hälfte so dann machen wir die zum Bogenschütze jetzt erstmal die nächste Ladung machen wir zu Schwertkämpfern wie ist der Fadu kannst trainiert werden gut so das heißt die nächste Runde Kinder wenn hatte ich da gerade ja dies Sekret was mir gerade so auffällt in der Mission irgendwie sind ja wirklich 80% der Frauen blond ich habe eine rothaarige eine schwarzhaarige die anderen 18 blond 感じ Jörg Kunst Jörg Süss So, Schwert und Eisenrüstung sind auch bald alle eingelagert. Oh, du bist nur ein Zweierbogenschütze, die habe ich einmal vergessen. Ja, jetzt haben wir das ganze Gold mal von da oben abtransportiert, das heißt, eigentlich brauchen wir von da oben gar kein Gold mehr abtransportieren, so viel wie da ist. Ja, tausch mal wieder. Ernsthaft? Du bringst keine Steine mehr, weil du dich an dem Wegmeißer orientierst? So, ich hoffe mal, dass du das jetzt besser hinkriegst. Das sieht fast nur noch aus. Das hätte ich viel früher merken müssen. So, du bist erfahren und kannst trainiert werden, das ist gut. Du bist hungrig, ist auch nicht schlimm. Deswegen gehst du ja jetzt nach Hause. So, unser augenblicklich letzter Bogenschütze. Weiß ich es, haben wir dann zehn Schwertkämpfer. Äh, was? Äh, was? Bist du jetzt leer nach da unten gefahren, oder was? So, zehn Kinder. Also, ja, Gold haben wir 62, das reicht, um 15 Leute noch auszubilden. Wir kriegen aber immer wieder immer wieder Gold rein. Zumal wir jetzt auch wieder Gold tauschen. ... ... ... ... So, das ist der Wachsner. So, die Quartieren wir auf jeden Fall ein und fangen noch an sie auszubilden. So, war das alle? Ja, Zivilist. Ach, die Meisterbriefe, da Zivilist. So, die meisten sind schon ein Quartier, zwei fehlen noch. Fangen wir schon mal an. Schwertkämpfer, Schwertkämpfer, Bier, Kaserne verlassen. Schwertkämpfer, 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 Bier, Kaserne verlassen. Eines Nachts erwachten wir durch leise Geräusche und als wir aus den Häusern der Nacht traten, war die Freundin groß. Unsere Freundin, die Stämme der Rothäute, denen wir auf unsere Reise helfen konnten, haben uns einige ihrer besten Männer zur Hilfe geschickt, obwohl bei ihnen daheim sicher jeder starke Arme wieder auf meine zerstörten Dörfer gebraucht wurde. Freundlich hießen wir sie willkommen, doch noch immer standen wir einer gewaltigen Übermacht gegenüber. Ja, wo sind die? Ah, hier. Das ist auch gut. Das bessert unsere Truppen auch noch gewaltig auf. Das hätte ich jetzt nicht erwartet. Ganz ehrlich nicht. So, du bist hungrig. So, den machen wir noch zum Schwertkämpfer. Dann holen wir uns Kinder und dann mache ich mal einen Cut. Ich habe nämlich vor, heute mit den Aufnahmesessions das Spiel zu beenden. Deswegen werde ich mittendrin einmal unterbrechen. Also bei einer Stunde und dann gucken wir, wie lange wir noch brauchen dafür. So, jetzt noch mal Kinder. So. Und die letzte. Auch noch. Gut. Und dann speichern wir hier erst einmal. Da gibt es kurz einen Cut, aber wir sehen uns gleich wieder. Es geht gleich weiter. Bis gleich.